So, weiter geht das spaßige Spiele. Ich finde es ist so gut, dass ich mich erhöhle. Oh, die Grafik liegt jetzt in den Augen. Kann man das hier drauf Grafik nennen? Ich weiß es nicht so genau. So, wo sind sie, die Zombies? Hallo. Ich höre euch. Alle hinten. Oh mein Gott. Aber wieso rennt denn der? Alter, Rennen ist nicht so fair. Wir rennen alle. Wieso rennen die? Hm. Ich höre sie. Von da, Junge. Fuck, ich bin so blind. Fuck, ich bin so blind. Oh. Warum sagt mir das denn keiner? Ich habe eine zweite Wache. Okay, jetzt ist es schon ein bisschen cooler. Das war ein Headshot. Junge. Okay, okay. Arsenal. 72 Jahre. Ein bisschen zum Locken hier. Aber das können sie vergessen. Wo kann ich denn mal eine andere Waffe? Wo kann ich denn auch die witzeln? Wo kann das mal einer? Ah, ich bin verwirrt. Wie kann ich denn die andere Waffe ziehen? Ich bin aufs Tapp wieder. Ich bin aufs Tapp wieder. Da ist weiter. Okay. Ich bin aufs Tapp. Hm. Hm. Ha, 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 ha. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Oh, noch mehr Werbung. Mein Gott. 50% billiger. Trotzdem könnt ihr mich damit nicht locken. Okay, sehr gut. Nein, ich will immer noch keine kaufen. Ladezahl. Du brauchst mehr Münzen für Upgrades? Suche auf der Karte nach Nebenmissionen. Suche auf der Karte nach Nebenmissionen. Hier gibt's keine Karte mit Nebenmissionen. Boah, da kriegst du Augenkrebs. Was ist denn das für eine Grafik? Ich seh keinen. Ich seh keinen. Ich seh keinen. Ich seh keinen. Der Verarsche ist so weit hinten, Mann. Der Verarsche ist so weit hinten, Mann. Ich seh keinen. Ich seh keinen. Ich seh keinen. Oah, ich seh keinen. Ich seh keinen. Chuan, was soll denn das? Bis zum nächsten Mal.